Wer gehört wohin? Wer gehört wohin? Verdammt noch mal hier. Wow, ich mach nix, ne? Nein. Also, ich gehöre nicht dazu. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Die Hände hinter den Kopf. Widerstand setzt drecklos. Ich hab noch, ich hab noch 200 Meter. Auf die Polizei. Auf die Polizei. Ja, ich wurde gerade unbewaffnet erschossen. Ja, ich nehm einfach mal auf den Rücken. Ich verkauf gerade bei ihm den Ball. Ne, ich kam ja dazu. Mein Auto war kaputt. Der hat mich einfach erschossen. Wer denn? Die Cosa Nostra. Polizist? Ne, ein Zivilist. Ich mach mal mein Video fertig. Ich geh in Support. Hallo die Herren, was ist hier los? Kann mir meine aufklären? Ja, schön. Einmal frei, dass ich erschossen werde. Ich bin einfach erschossen worden. Du? Ja. Hast ein Video? Kommen wir zu. Ja, natürlich. Auch mich hat keiner... Der hat dich auch Cosa Nostra? Ja. Oh, der Kopf hat das Geld. Ich wurde einfach erschossen. Einfach EDM's. Mit Geld weg in der Hand. 239.000 oder so. Ja, ich gehörte gar nicht dazu. Der Kopf sagte eben noch zu mir, schlumm, komm einfach rein hier in die Hütte. Du weißt? Ja. Der war schon tot. Schöne Sache.